Wahrscheinlich gibt es Pfeffer wirklich nur selten. Jetzt müssen wir jedenfalls zurück zum Vulkan. Soweit ich weiß, gibt es mehrere Stellen. Ich speichere. So. Toll. Das ist hier, ihr Fröschen. Da. Super. Jetzt habe ich aber hier, jetzt ist es aber mal genug. Äh. Jetzt habe ich den nach oben angefangen, jetzt muss ich ihn auch zu Ende machen. Na also. So. Jetzt müssen wir nur wieder runterkommen. Ich weiß gar nicht mehr, hier drüben musst du glaube ich rüber, ne? Jetzt können wir im Prinzip zurück und in den Vulkan klettern. Es gibt aber mehr als eine Stelle. Ich weiß noch nicht mehr, welche das alle waren. Hier war das schon mal nicht. Wie komme ich denn jetzt zurück? Ah, wo? Wo? Wo ist denn? Du hast doch hier eben... Naja, ich suche ja schon. Da? Bist du sicher? Hä? Ach, Huni verarscht mich wieder. Wo ist er denn hier? Hier war irgendwo eine Zutat, Huni. Jetzt gib mal ein bisschen Gas. Da. Hier. So. Hier. Huuu. Ich werde nur verrückt. Ach, dann eben nicht. Hm. 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 Ups. Nein, hier war es nicht. Ich muss jetzt irgendwie wieder nach Hause kommen. Ich muss bloß erstmal den richtigen Weg finden. Hier war das glaube ich auch nicht. Auch nicht. Hm. Ich habe mich verlaufen. Ja. Definitiv. Wenn ich den Speer auflade, kann ich ja länger laufen. Das können wir ja gleich mal ausprobieren. Man muss den auf jeden Fall auf Level 3 haben. Oder eine andere Waffe. Und ähm. Dann zusätzlich die Laufen-Taste. Und man kann laufen. So viel und so lange man möchte. Das ist für Huni ein bisschen anstrengend auf Dauer. Aber das, wenn wir später auf jeden Fall noch brauchen, ist eigentlich ein ganz wichtiger Trick. Den man vor allem dann nutzen kann, wenn man schnell durch irgendein Gebiet durch möchte. Und solange man beide Knöpfe gedrückt hält, ähm. Läuft er eigentlich auch. Es sei denn, du wirst jetzt getroffen oder verletzt. Dann ist es natürlich hinüber. Oder? Nee, doch nicht. Okay. Hätte ich jetzt jedenfalls ermutet. Jetzt ist es weg. Ich dachte, ich war zu schnell. Okay. Glück gehabt nicht, dass das jetzt nochmal abschmiert. Das fehlt mir noch an der Stelle. Genau. Hau weg die... Äh, Pflanze. So, nochmal schnell speichern. Und hindurch. Hallo? Hm? Na komm doch mal her. Komm her. Komm her. Hey. Hey. Das gibt's doch nicht. Der war eben noch hier oben. Aha. Oh. Schön gemetzelt. Und jetzt wird nicht gespielt. Komm. Bin ich hier richtig? Ich weselt ja nicht mehr. Ich weselt nicht, Freunde. Dann muss ich erst mal gucken, wo wir da waren. Ich glaubte, es war ja irgendwo hinten. Ja, genau. Au. So. Es tut. Muss man ihn durch. Notruf. So, nochmal speichern. Sehr schön. Okay, es geht um diesen Stein. Den wir jetzt einmal daneben befördern müssen. Und hier, alles klar? Hast du jetzt was gesehen oder nicht? Oh, wie? Äh? Aha. Ja, was nu? Hier. Aha. Dankeschön. So. Dann geh nur mal rein, würde ich sagen. Haben wir ja gerade gespeichert. Auweih. Ich erinnere mich. Das war hier gar nicht so einfach. Hier sind überall diese großen Echsen. Außerdem gab es hier geheime Gänge. Ich muss erst mal gucken, ob die hier alle... Ups. Ah, ich wollte nicht raus. Geh nochmal wieder rein. Seltsam. Manchmal schafft er wunderbar den Zehensprung und manchmal überhaupt nicht. Eine Zauberperle. Ja, warum nicht? Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre es gar nicht gewesen. Sehr schön. Ich möchte gerne eine andere Waffe leveln. Die Axt vielleicht. Und ich suche. Oh. Hier? Bist du dir sicher? Bugs. Jetzt komme ich natürlich da oben nicht mehr hin. Lass mich nochmal speichern eben. Bin ein bisschen empfindlich auf Speichereien. So. Und weiter geht's. Uli, hast du noch was? Nö, ne? Boah, ich habe doch getroffen. Blu erreicht Level 12. Los, hier, guck nochmal. Ach, da brauche ich noch so ein Ding. Ich hoffe, wir kriegen nochmal irgendwie, ähm. Ich weiß nicht, wo das hier ist. Das ist ja. Auf einmal woanders? Hm. Das ist ein ganz unwirtlicher Ort hier. Toll. Musst du das auch noch alleine suchen? Na, sehr schön. Hast du gut gemacht. Kriegst du einen Keks. Oder einen Hundekuchen. Je nachdem, was wir schneller bekommen. Na, hast du was? Ne. Okay, hier geht's durch. Pfeffer. Wachs. Wann hier jetzt? Zwei oder eine? So ein... Ah, das ist noch ein Stein. Ähm. Öl. Öle. Das wahre die Öle. Wird ich auch immer das gewesen sein mögen. Aber Öle. Sag ich. Ähm. Wir versuchen erstmal hier unten das Ding da... Oh, warte, 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 warte. Hier gibt's natürlich auch noch was. Wasser und 100 Krallen. Ja, da kann man schon mal ein paar Zutaten kaufen. Da kann man zweimal Wachs mitkaufen. So viel ist das eigentlich gar nicht. Hört sich aber viel an. Das werden wir später noch merken, dass ich... Äh. Will nichts sagen. So, das musst du erstmal wegmachen. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Und? Geh da weg. Und? Und? Ah. Oh. Okay. Was? Das ist übrigens überall so, dass man irgendwie an die Seite schlagen kann und dann hört sich das merkwürdig an. Also wenn man irgendwo Gänge durchgeht, dann ist das regelmäßig so. Ah, noch ausgewichen. Drecksack. Komm, hat Hund mehr Abwehr als ich? Boah. Hup. Boah, schön den Hund auf Buckel gekloppt. Ist hier noch mehr? Oder ist hier noch mehr? Und du suchst ja auch nicht. Hier. Asche. Hier. Ne. Wow. Okay, Freunde. Wie wär's denn mit einem deftigen Säure-Regen? Das wird sie sicher nicht töten, aber... Haben wir noch was Schönes, wovon wir viel haben? Oh, davon haben wir viel. Ich muss mal Kraftdrang nehmen. Und du darfst auch gerne angreifen. Habe ich gar nichts dagegen. Hasshof Hass, wie man so schön sagt. Toll. So, such doch mal. Aha. Ja, lass mich mal... Ich muss... Danke. Danke. Hier ist auch noch was. Tatsache, Öl. Der Schwara schon wieder die Öle. Wo sind wir jetzt? Hier gibt's auch noch was. Nehme ich. Datniva Wachs. Hier ist nichts mehr. Hier ist noch was Schönes in der Wurzel. Jetzt bin ich an einiges vorbeigelaufen schon, nicht wahr? Ach so, hier drüben. Hier komm ich noch hoch. Da ist auch noch eins. Hm. Und? Der war unter dir. Das machen wir gleich, wenn wir wieder Pfeffer haben. Wir haben aber noch keinen Pfeffer bekommen. Hier können wir auch noch einen runterschmeißen. Äh, jetzt bin ich langsam verwirrt. Haben wir Pfeffer oder haben wir keinen? Ne, wir haben noch keinen. Dann müssten wir ja eigentlich irgendwo welchen finden. Andererseits weiß ich nicht wohin. Hallo, such. Du hast doch eben was gehabt. Such. Hallo. Gib Gas. Hm. Vielleicht muss ich dich auch alle besiegen. Das kann ja auch sein. Nenne ich doch lieber nochmal den Speer. Hm. Und da drüben müssen wir da hier, wo er gerade drauf steht, müssen wir irgendwie hochkommen. Vielleicht bekommt man Pfeffer, wenn man alle kaputt macht. Ich weiß es nicht. Das müssen wir eben mal ausprobieren. Also nochmal. War ich doch nicht nervös. Toll. Das fällt dir jetzt ein. Okay. Hasshof, Hass. Na toll. Ich werde mal versuchen, erstmal alle umzubringen. Kaltblütig. Das sind ja eh Kaltblüter. Hm. Da müsste ich eigentlich ran. Ich glaube, die geben gute Erfahrung. So. Du hast was? Ja, was denn nun? Offenbar doch nichts. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Geh mal. Danke. Hoch. Äh. Okay. Was? Wo? Hier? Sicher? Ach. Lehm. Dankeschön. Und jetzt? Er hat was. Wasser. Hat die auch noch? Wo? Hier? Ach. Lehm. Okay. Wahrscheinlich habe ich hier auch noch so einen Stein. Ja. Sehr gut. Runter. Jetzt soll man eben warten können, weißt du. So. Wo waren wir? Ach. Nachhaltig Pfeffer. Sehr schön. Jetzt haben wir hier einen Klotz. Und da hinten auch noch irgendwo einer, ne? Äh. Da oben, ja. Das machen wir später besser. Kann man sich das hier in die Sackgasse spielen? Das frage ich mich. Boah. Ich sollte hier weggehen. Und? Und? Na, hast du was? Oder jetzt? Aha. Wasser. Blatt. Sehr gut. Ich war nämlich noch nicht einkaufen. Ich war noch nicht wieder im Dorf. Vielleicht sollte ich das, oder hätte ich das machen sollen, aber. Hm. Ich habe mir gedacht, komm, gehst du gleich mal weiter. Ist ja nicht mein Problem. Doch ist es. Mist. Such. Und? Und? Er hat nichts. Super. Dem wäre ich jetzt den ganzen Weg gefolgt. Ach, ich liebe dieses Tier. Hm. Da ist eine Höhle. Da würde ich noch nicht hin. Ich will erst mal den Gang, äh, den Raum hier fertig machen. Äh, oh, ach, Asche. Sehr schön. Hier ist aber irgendwo, genau, da ist noch einer. Da muss ich dann irgendwie noch, ups, durch. Lehm. Da? Bist du sicher? Ja, bist du. Okay. Speichern. Vor der nächsten Raum, äh, Tür, was auch immer. So. Oh, was haben wir hier? Viermal Asche. Oh, das war Zufall. Such doch mal. Nicht der Riechkolben immer abgeht. Wenn man nicht alles alleine sucht, ne? Ich weiß genau, dass hier noch Dinge sind, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Mist. Braber Hund. Danke. Hier? Wachs. Und was Geheimes gab es hier aber auch noch, glaube ich. Na, was heißt Geheim? Es war jedenfalls so geheim, dass ich es am Anfang nicht gefunden hatte. Viermal Asche. Okay. Au. Der hat mich in die Enge gedrängt. Wie gemein. Sehr schön. Such. Wachs. Ich gehe das nirgendwo in die Ecke? Wo komme ich hier jetzt lang? Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich bin. Naja. Ich hatte doch gerade einen Level ab. Na, wenigstens einen. Ach. Na, also. Ich gehe hier mal. Toll. Ich gehe hier mal wieder hoch. Okay, hier scheint noch was zu sein. Wachs und Asche. Ist hier noch mehr? Ich bin ja nicht gierig oder so, aber ist hier noch mehr? Toll. Dafür rennst du einmal um den Pool? Mhm. Die sind wieder da, ne? Hier oben war auch noch ein Weg. Den wollte ich gerade nur mal begehen. Oder war das hier drüben? Da hat sich doch... Was? Da hat sich doch irgendwo einen Weg geteilt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehmen. Na los, kommt schon. Kommt zusammen. Mist. Okay, den einen haben wir. Sehr schön. Hier rechts wollte ich noch mal rein. Drei Tropfen Wasser. Ah, hier ist noch was. Wusste ich's doch. Wer bist du denn? Ich verstecke mich hier vor der Echsenbrut. Ich könnte gegen die Echsenbrut. Sie sind zu stark. Äh, sie sind doch bei den Vulkan zu löschen. Aha. Dann vertraue ich dir mir... Dich mir an. Dann vertraue dich mir an. Ich... Hä? Ich gebe dir etwas, was du sicher gebrauchen kannst. Das ist der Turboantrieb. Sozusagen. Sie wird deine Fähigkeit... Ach, nochmal. Das ist die Turboantriebsformel. Sie wird deine Beweglichkeit in Kämpfen erhöhen. Du brauchst nur etwas Wachs und zwei Tropfen Wasser vermischen. Und das Alexi ist fertig. Gleich mal anwählen. Sehr schön. So was übersieht man gerne, wenn man hier drum rumläuft. Das speichern natürlich gleich mal drauf. Auf Wiedersehen. Sechs Tropfen Wasser und Wachs. Undi, hast du noch mehr? Nö. Nutze sparsam. Wachs an den Bäumen. Neue Formel. Nö. Spieltschall speichern. Nö. Auf Wiedersehen. Tschüss. Was zum... Wie kommt der hierher? Hund muss ich alles alleine machen? Einer so lahm wie der andere. Was? Wo? Hier? Ah, schön. Gefunden. Sehr schön. So. Den Turboantrieb brauchen wir aber jetzt erstmal nicht. Ähm. Stattdessen. Das sagt gerade auch so, als ob der Hund weint. Oh. Ich speichere erstmal drauf. So. Damit haben wir hoffentlich erstmal die Geheimnisse gefunden, die wir hier hätten finden sollen. Jetzt müssen wir im Prinzip uns wieder nach unten durchkämpfen. Nö. So. Kann ich mal wieder die Axt nehmen? Obwohl eigentlich muss ich das gar nicht machen. Ich hab aber Lust drauf. Natürlich werde ich zum Boss wieder den Speer nehmen. Obwohl ich mir lieber mit Schwert gekämpft habe, als mit Lanze. Auch bei, ähm, Seagroth Mana. Hast du hier was gehabt? Wo denn? Irgendwas schnuffelt der hier? Ach, da oben. Okay. So, dann gehen wir nochmal hier nach rechts. Fahr ich hier jetzt schon oder nicht? Ne. Hier fahren wir noch nicht. Schnuffel? Hast du was? Oder hier oben, Schnuffel? Sehr schön. Schnuffel hat nix. Ja. Asche oder was? Tatsache. Sekunde mal. So, da bin ich wieder. Da hatte gerade mein Handy gepummt. Da musste ich mal eben nachgucken. Ähm. Ich hab natürlich gleich die Zeit genutzt, um einen Schluck zu nehmen. Okay, jetzt sind wir wieder im Vulkan. Ist das jetzt das gleiche Vulkangebiet oder ist das ein anderes Vulkangebiet? Weil da war ja noch eine Tür, die wir... Oder beziehungsweise ein Pfeffer... Ach ja, das ist das gleiche. Okay, jetzt sind wir oben drauf. Wow. Die hat, glaube ich, 300 Leben oder so. Ja, riss ich jetzt. Jetzt wissen wir's mal. Hä? Aha. Hund? Ich geb' uns erst mal ein bisschen was zu futtern. So. Der veralbert uns auch noch. Ja, komm mal her, hier. Also beide. Stellt euch auch an. Watt. Watt. Toll. Ne. So, hier hast du irgendwas gehabt. Was gibt's denn hier zu schnuffeln? Genau, mach mal Wurf. Pfeffer erhalten. Hui. Pfeffer. Boah. Watt hier? Wo denn? Da? So? Ne. Ich glaub, das muss ich unten finden, was er jetzt gerade erschnuffelt. Diesen Fehler. Oder... Nein, das ist kein Fehler. Aber das hatte ich, glaub ich, schon mal... Naja, sollte ich wieder runterkommen, muss ich an der Stelle nochmal suchen. Ja, ich weiß, Hundi. Ich weiß, Hundi. Muss jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Tatsache. Watt, war hier was? Nö. Na. Wenn ihr merkt, dass der Hund einfach losschnuffelt, einfach nochmal auf Schnuffeln drücken. Also auf den Knopf. Und dann könnt ihr auch sehen, ob der euch, ähm... Ob der einfach nur so schnüffelt oder ob er wirklich was gefunden hat. Hunde lügen nicht. Hunde haben nur Interessen. So. Da, ich ignoriere jetzt einfach mal die meisten, weil wir die Chemischschonen haben schon dreimal gemacht. Außerdem will ich nicht nochmal Leben verlieren. Allerdings ein Levelabwehr ganz hübsch. Ich guck mal gerade, wie viele Level wir noch brauchen. Wie viel Erfahrung wir schon haben. Noch 2106 und das dauert ein bisschen. Das dauert ein bisschen. Dann können wir noch getrost... Oh, die können wir noch machen. Hübsch. Ach. Hübsch. Mach genau, mach mal Wuff. Übrigens, beide bekommen die Erfahrung, wenn einer von beiden den, äh, umbringt. Dötet. Killed. Oh, wie viele. Das muss ich ausnutzen. Sekunde. Sekunde. Jetzt habe ich die beiden unten angefangen. Jetzt muss ich auch beenden. So. Ähm, wo war denn der? Hier. Ups. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Und hier müssen wir, glaube ich, nochmal zurück, ne? Genau. Ich lasse den da oben gerade mal rumzaubern. Aber hier hatten wir irgendwo noch, ähm, ups, was vergessen. Das hat ja der Hund ja gerade erschnüffelt. Deswegen wollte ich da gerade nochmal gucken. Ach. Ja, ich muss was machen. Und du kannst schon mal vorlaufen. Ah, hier ist nichts, okay. Der Hund ist sogar ein bisschen schneller. Es sei denn, er läuft nicht. Wo war das denn? Hier unten? Nein. Hallo? Lass mich doch mal durch hier. Lua erreicht Level 13. Gut. Ach, Lua. Ach so. Ich dachte schon ich. So, jetzt laufen wir mal ein bisschen mit dem Hund. Hallo. Ah. So, hier war das irgendwo, ne? Oder ist das hier auch nicht? Doch, Asche. Sehr schön. Okay. Das sind mir zu viele. Das war unnötig. Nun gut. Dann gehen wir nochmal wieder zurück zu dem Stein, den wir gerade telekinisiert haben. Und sehen uns dann ein bisschen um an der Stelle. War das hier? Ne, hier war das noch nicht. Hier war das. Hast du was? Hast du hier was? Oh, da hast du hier was. Nein. Wir speichern nochmal.